Und der Sprecher, get cocky. I'm Harney. Oh, Gordy. Oh, Gordy, I'm so Harney. Kannst du dich leider hoch? Nee, ich will gern, aber ich kann nicht, ich bin so fit. Hey, Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zur nächsten Guardians-Mission hier mit Big Berlin. Hello. Wir müssen 15 Leute killen mit der Swag-Zap. Easy. First try mit Augen zu. Naksch. Naksch. Denk dran, aber einfach Messer an, sonst vergewaltt wir uns wieder alles. Warum habt ihr das so blöd gemacht, oder was? Oh, bei mir. Und ich neif's jetzt kaputt, Alter. Walla Walla Ding-Dung. Oh fuck, oh fuck. Ja, jähme. Die. Neibere, neibere. Na, die? Neibere. Öh, die. Alter, jahrelang habt ihr recht, das bringt der Ultra das Kirsch. Alter, vor die Kirschen. Du hast ja, wie kann Kirschen bekommen? Ja, ich hab ja keinen Kill bekommen, lach mich mal nicht so aus, okay? Ich dachte, du hast wohl viele gemacht. Ich hab einen einzigen Kerl ausversichert. Öh, hast du so viel Kälte, oder was? Na ja, ich bin reich, man. Pfff, die ziehen wir jetzt ab die Banken. Nummer eins ist am Start, mein Freund. Oh, nein. Oh, nein. Alter, die sind richtig Agnostic. Nummer zwei. Bam, bam. Bam, bam. Bam. Jawoll. Headshot. Komm. Na, fuck, nachladen. Muss auch nachladen. Ich geb grad voll die Long-Rage-Shots. Noch einer, jawoll, nice. Das wird der kürzeste Folge des Universums. Bindestpunkt der Rekorde, der Eintrag. Walla. Gleich sind wir fertig. Oh, die schmeißen mir gerade. Alter. Das sind solche frechen Ganoven, ne? Ja, hier. Oh. Jawoll, jawoll, einer noch. Easy. Jetzt kommen fünf Heavys nächste Runde. Shiii. Jetzt für die Notwahl sogar noch ein Flash. Ach Gott, ach Gott, der Fletchel. Ich drück ihn hier noch kurz, aber knapp. Das ist wichtig zum Gewinn. Hoppala. Noch fünf Kills. Lächerlich. Ich komm, ich komm, ich komm. Alter, das wird echt das kürzeste Video der Welt. Ich bin fast tot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nice, nice. Ich muss mich die Ultra zurücknehmen. Oh, einer ist abgefackelt. Shiii. Ich geh aufs Da. Oh, fuck. Global Hacker. Den mach ich hier easy. Boom, bitches. Alter, wie allein. Scheiss. Fuck. Er hat ja schon aufgehört, Cup zu legen. Ich hätt grad nicht ihm ein zweites Mal reinlinsen müssen. Welches Track 7 hast du? Hast du auch die Heat? Nee, ich hab kein Skin. Bisch du, du ist Wahnsinns. Der lag wiegt da, aber das verstehe ich. Ich will aber so schnell laufen. Ja, jetzt ist so viel Gewicht, dass ich mir rumschleppe. Boom, bitch. Get out my way. Neusty. Wo man hier stehen kann? Oh Gott, der ist hier. Ich bin so lange out of area gelaufen, dass ich nur noch 3 HP habe. Und dann stecke ich vor mir. Puh. Okay, Berlin. Drück mal kurz den Knopf. Gut. Ja, sehr gut. Genau. Oh no. Das war der falsche Knopf. Fuck. Die kommen wieder von da vorne. Oh ja. Jetzt überroll ich sie. Wie ein Typhoon. Hey. Oh nein. Okay. Nein. Alter, ich hab noch 8 HP. Scheiße, ich hab so dumm Zeug gemacht. Aber ich denke, es ist safe jetzt. Das können wir nicht mehr abgeben. Naja, ich glaub's auch nicht. Fuck you, I'm flash. I'm key. I'm hell. Ah. Ich dachte, die Mission wäre immer schwieriger. Die kommt mir jetzt wieder sehr leicht vor. Ja, die ist... Die fühlt sich so richtig lecker lecker an. Oh. Close. Nice. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh. Nein. Was? Das gibt's nicht. Alter, der hackt. Wie viel war... Warte, das waren noch 2. Als wenn dieses Spiel wirklich zum Ende hin einen ficken wollen würde. Wie früher Pokémon wollen. Weißt du noch? Wenn man dann einfach dieses letzte Pokémon nicht umkriegt von dem Scheiß Trainer. Ja. Also von den Arenaleitern. Oder in der Liga. Man hat irgendwie 5 Stück gegen das letzte und man kriegt's nicht down, weil er ständig irgendwelche Tränke benutzt oder einen flasht. So wie der Berlin. Der Berlin könnte Rock sein. Der Rock und Kowalski. Versteh ich? Berlin. Nein. Es ist jetzt gut. Warum liegt denn der M4? Hat er schon mal vor ungesaugte Brägel, ne? Ja, ja. Oh shit, dude. I'm burning. Was? Wo war der? Hä? Irgendwo... Die sind irgendwo close. Die Fickfrische. Die ist wahrscheinlich auf dem Dach. Boah, der ist Catwalk eine. WTF? Echt? Das geht gar nicht. Und wenn ich dir sagt, es geht. Ich lade, dann muss ich nachladen. Hä? Der ist drin, der ist drin. Du bist drin. Warte! Ich muss kurz nachladen. Warte! 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 Die sind grad voll eklig. Wie die sich verstecken. Ich geh aufs Dach. Klang mal jetzt. Ich bin im Low HB, ne? Ich bin einfach... Ja, die sind auf... Ok, habe ich den... Den hab... Den mache ich dir locker weg. Shit, Mann. Hinter mir steht einer! Was? Oh Gott. Zwei. Ok. Einen Schuss noch. Oh mein Gott. Easy. locker aber mir kommt es nach wie vor trotzdem sehr leicht vor die mission wir haben jetzt einfach zweimal verrückt hat das schmeißt jemand die koi auf mich das schmeißt jemand dicke leute auf mich hey guck mal hier kann man raus hey look at it oh fuck was ich bin gerade ich bin gerade guck mal was man machen kann ich einfach rausgehen Alter jetzt mache ich es kaputt okay bitch und der sprecher get cocky i'm gonna get cocky right now i'm harney oh gordy oh gordy i'm so harney kannst du deine glider hoch nee ich will gerne aber ich kann nicht ich bin zu finden er lenkt einfach weiter ach komm wo ist der andere der letzte macht die ultra headshots ach du musst so ein insta um die ecke lauf ins gesicht rotz headshots healing kommt jetzt ultra headshot in 3 2 1 ist der jetzt auf dem dach nein der weiß nach über mir okay komm 5 schauen wir locker locker jetzt passt doch die aufnahmezeit 11 minuten läuft bei uns ja das war abgesprochen aus dieser aufgabe jetzt haben wir jetzt mal hingekriegt natürlich logisch ich wurde schon wieder geflasht ne die flashen immer brutaler die bots es ist so abnormal da vorne ey das sind ganz viele ah jo die sind da vorne ich schmeiß auch ne nate voll drauf auf die pieces boom oh gott ich hab ein ap was ich sehs ich sehs ich sehs warum was machst du die sind ja immer noch da die sollen näher kommen sind die dumm oder was nein das glaubst du nicht das oh scheiße das hättest du sehen müssen ich kam vom dach runter und der pisser kommt um die ecke und geht mir einfach ein headshot mit der normalen bump okay komm das war jetzt alles spaß und jetzt machen wir ernst genau jetzt legen wir wirklich also wir wollten unbedingt eine aufnahmezeit von 12 minuten 30 sekunden die haben wir jetzt erreicht ich würde nochmal geflasht gerade eben scheinbar ist es dir nicht so ernst ich habe jetzt die flammex jetzt bin ich eigentlich unbesorgt dass wir es schaffen ja es ist locker mit der hieß kann man eigentlich also noch plus 10 flammenschaden drauf ist ich finde es krass dass die von da hinten hat er gedacht ne ich finde es krass dass die von hier kommen können die schweine nein du schmeißt jetzt kein flutsch auf mich nein nein ich bin ja ich habe drei hp okay wie kann man ich habe auch drei hp labernit wie kann man das unglaublich lucky sein wie die bots oh mein gott komm vier machst du locker 3 hp tatsächlich das ist so lächerlich man oh gott ich geh aufs dach da oben zu sehen ich komm mal hoch warte wie du versteckt bist ich schwör auf mein bruder seine mutter die finden die kugel deckt schon die kugel hoch ach da ist einer auf getrock was pass auf fall da nicht runter da geht es ins wasser da hinten die dachtraktik ist nicht schlecht warte ich mache es überhaupt runter dass die eine chance haben ja gemacht das macht das ich schieße die vögel ab da Fockel da ich vertraue dir dass du es jetzt schaffst den netzen zu killen und ich springe jetzt einmal ins wasser ich denke das vertrauen wäre da aber ich meine wir sind am Anfang der runde aber oh mein gott da ist er ich habe dir vertrauen du hast ich fall hinterher wir sind vertraulich das ist hier stark vertraulich was wir hier treiben wir sind vertrauenspersonen wir sind total wenn ihr mal ein Problem habt könnt ihr in die Kommentare schreiben oder yeah meh yeah meh ok ich bin catwalk ich geh catwalk komplett entlang alter baller ist mir alles egal mit schaden und so naja ist mir doch nicht so egal die kommen aufs dach nein da bäh ich vertraue dir ich springe runter ich bin schon wahnsinn oh shit hilf mich komm schon der Druck ist doch nicht so erhöht nein der Druck ist so erhöht komm nimm jetzt nur die Flammen da jetzt machen wir keinen scheiß oder? jetzt wo wir die letzten 5 kills machen wir könnten gerne in deine Aufnahme dann wieder scheiß machen ich springe runter ich vertraue dir hahaha Mann ist unten bei mir ich komm nice der ist immer noch catwalk gibts das ok weg nice noch einer oh nein er ist echt verreckt der kleine Bastard also diese Mission verarscht uns grad ein bisschen scheiße man ich wurde geflasht ich glaub die greifen jetzt gerade zu richtig krassen das ist ne richtige das ist ne richtige Paces ich hab nur 5 HP aber das ist von Anfang an halt warte der ist gleich ja ah weg ist er ich hab kurz gedacht ich muss gerade 5 killen aber bestimmt noch einer wieder vergessen first try Jungs das kannst du halt zusammenschneiden oder? das so aussieht wie first try so werd ich's machen natürlich also ich sag mal so wie immer Leute beim ersten beim firsten try geschafft vielen Dank fürs Zusehen schaut auf jeden Fall auch bei Big Balance vorbei da gibt's die letzte und auch die nächste Folge macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao